hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren wurm video dieses mal werden wir die kogel fertig stellen das schöne ding hier haben wir jetzt schon eine ganze weile daran gebastelt steht übrigens sehr unpraktischerweise mitten auf einem hügel da ganz hinten ist die bucht da musste ich gleich mal gucken wie wir das dahin bekommen also entweder müssen wir schieben oder wenn ich stark genug bin kann ich das auch ziehen also ohne immer wieder schieben zu müssen aber ja erstmal kurz gucken examen es fehlt noch eine pack und da habe ich extra eine pack gemacht aus wo gut das ist also eichenholz was relativ selten ist und gute qualität hat also jetzt nicht der pack selber sondern das holz also gucken wir mal continue building mein boot schloss schon mal bereithalten und das pack will nicht ran super vorführeffekt gerogon ganz toll spielt anno 1600 was weiß ich stapellaufmusik sehr schön und es klappt nicht ich will die kogels bauen und dann ziehen und boot schloss ran also ja das bauen hat sich ziemlich lange gezogen das ding braucht mich allein schon 500 packs 500 tenons und was weiß ich und eine jedes fünf vierte oder fünfte kann man überhaupt dran bauen selbst mit einem scale von 20 30 rum das war schon recht ärgerlich aber naja wenn die kogel fertig ist und unten ist müssen wir eh noch am hafen arbeiten weil unser hafen hat noch nicht genug tiefgang für das schiff hier das heißt das ding wird eh erstmal nur vor dem hafen rum dümpeln und gut aussehen aber ja so kommt schon ich soll vielleicht auch ganz kurz meine starmen regeln lassen also nach diesem versuch hier carpentry carpentry schön viele skill gains aber naja almost made it für mich doch verarschen ich will jetzt nicht in zeitraffer machen müssen davon wie ich ein pack anbringe das fände ich doch ein wenig albern aussieht fast so aus und meine mitarbeiter sind jetzt schon geflohen ich hatte bis eben gerade noch zwei leute hier die mir geholfen haben die letzten teile anzubringen einmal gmei und 2 und jetzt wo es ans schleppen geht sind sie abgehauen wie es aussieht aber das kann ich nachvollziehen wenn ich das ding nicht ziehen kann dann müssen wir es immer pushen also push ist einfach du drückst einmal rechts dann hast du hier einen menüpunkt mit move und dann push und pull dann bewegt sich das ding gefühlt die zehn zentimeter vorwärts und dann drückst du noch mal rechts machst wieder move push pull du kannst so hot key dafür machen aber trotzdem dauert das ewig was zu bewegen wir hatten das einmal gehabt dass jemand eine rare forge gefunden hat ganz weit in die richtung und dann haben die jungs zu fünft drei stunden lang das ding in unser dorf gepusht das war echte aktion aber jetzt komm schon komm ok kurz warten escape starmen regenerieren lassen für höhere erfolg chance und kommt schon richtig schön wäre jetzt natürlich auch noch ein rare effekt also man hat ja so oft die stunde eine chance rare zu bekommen auch wenn ich nicht weiß was ein rare shift genau macht außerdem wäre das blaue leuchten ein wenig irritierend weil rare gegenstände bekommen so ein blaues leuchten und die supreme so ein komisches ich weiß nicht wie ich das nennen soll predator leuchten funkeln sehr irritierend auf jeden fall wenn das ganze brut daraus wäre oder so ein wachturm so was habe ich noch wo ist das schloss glaster schloss das kann da unten hin danke habe ich auch schon dabei dementsprechend langsam bin ich dann gibt es jetzt doch ein zeitraffer davon wie ich ein pack anbringe und ich werde mich dann wieder melden sobald es geklappt hat und dann mit euch zusammen versuchen das ding da runter zu bringen also bis gleich na also achievement kog maker ja darauf gehe ich nicht ein auch wenn es bei mir schon nach 22 uhr ist das ist unsere kogge und zwar aus oakwood weil das letzte teil in oakwood war das sieht sehr beeindruckend aus so erstmal das wichtigste zuerst schloss anbringen damit keiner das ding klaut und ja das ding ist eh auf dem land auf einem berg also wird es keiner klauen aber meh ähm lock sehr schön jetzt muss ich meinen schlüssel finden da manage vehicle so wer darf das ding benutzen fahrer keiner es dürfen nur villager drauf gehen und das inventory dürfen auch nur villager benutzen diese settings verändern darf keiner nur ich ich bin ein kontrollfreak äh die namen des neuen besitzers nein die namen des wessels du bist ähm hm wie nennen wir dich mr für mulrehan zwergenbucht kok mehr geht nicht kok 1 so die mr zwergenbucht kok 1 settings updated please use only a b c d was ich darf keine 1 benutzen komisch äh manage vehicle mr zwergen zwergenbucht kok ich denke eh mal nicht dass wir eine zweite bauen werden so schnell jedenfalls das nächste boot wäre eh nicht nah die ist ein bisschen wendiger so mr zwergenbucht kok und jetzt probiere ich das ding mal zu ziehen mhm drag jack jack in the ground ja schön das ist also anscheinend kann ich ziehen aber es hängt immer wieder am boden fest das ist komisch normalerweise also leichtere boote kann man durchgehend ziehen selbst wenn sie an land sind so könnte man theoretisch mit einem kleinen ruderboot an landen das ruderboot über land hinter sich her ziehen und auf der anderen seite durch ein anderes gewässer weiter fahren so ähnlich habe ich mir das bei dem ding hier auch gedacht ähm es kann sein weil es noch in einem haus steht das heißt ich probiere jetzt mal das ding nach und nach aus dem haus raus zu ziehen und der erste hilft schon 2 sehr schön das gibt extra gulasch für 2 wenn er wirklich hilft und nicht einfach nur wegläuft ein Nasenbeer komm her so jetzt inzwischen wieder drag you're too far away drag start dragging get stuck in the ground nö klappt nicht ok ich probiere mal von hinten zu pushen für pushen habe ich nämlich eine hotkey nämlich einfach nur m drücken after pushing you will start pushing again so sehr schön äh is being dragged achso ich sollte aufhören zu draggen hä ich drag doch gar nicht na komm schon ah jetzt geht's ok das heißt jetzt fahren wir oder schieben wir das ding runter Hafen ich werde dazu mal einen Zeitraffer machen und ich merke mich dann wieder wenn wir unten sind also bis gleich ja ok 3 2 1 go row 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 your boat gently down stream stream merrily 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 ich werde aufhören zu Musik 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 So, wie ihr sehen könnt, wir haben es in einer sehr coolen Gemeinschaftsaktion hier runterschieben können. Und jetzt ziehe ich das Ding gerade hinter mir her. Das kann man leider nicht so... Wer zur Hölle ist aufs Boot gegangen, wenn ich ziehe? Kann ja nicht angehen. Bürgermeister wird als Last hier missbraucht. Alle gehen auf das Boot, damit es noch schwerer wird. Das ist so klar. Ja, also wir haben es in der Gemeinschaftsaktion hier runtergezogen. Und jetzt, wo es Wasserkontakt hat, kann ich es auch wirklich ziehen. Das heißt, ich probiere jetzt mal das Ganze in ein etwas tieferes Gewässer zu bringen. Das wir dann auch gleich in der ersten Jungfernfahrt machen können. Das heißt, es gibt jetzt noch einen weiteren Zeitraffer und ich melde mich wieder, sobald wir das Ding hier fahren können. Also, bis gleich. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Aha, Langkrieche. Sind die alle aufs Schiffrauf? Ja. So, bist du gleich an Bord? Ach, ich geh lieber wegen der Mine. Ja, sehr schön, geh mal. So, sehe ich dich? Ah, du bist da oben. Sehr schön. Mach ein paar schöne Screenshots, bitte. Aber gut. Aber gut. Anker lichten. Race Anchor. 10 Sekunden. Und dann fahren wir mal einfach mal Richtung Süden. Da ist ja auch unser Meerausgang. Das heißt, eigentlich müsste es eine Route geben. Oh, oh, oh. 16 kmh. Erstmal rausfinden, wo der Wind kommt. In die Richtung sind wir schön schnell. Das heißt, wir müssen es richtig machen, wie beim normalen Segelboot. Also zickzack mit oder gegen den Wind fahren. Ist da hinten eine Lavaspinne? Hm. Aber ja, bisher sieht es ganz gut aus. Haben wir irgendjemanden im Wasser zurückgelassen? Könnte natürlich auch sein. Aber ja, das ist wesentlich besser gelaufen, als ich dachte. Auch die Runterschiebaktion ging schneller, als ich dachte. Und das ist doch mal ein geiler Anblick. Unsere ganze schöne Stadt. Ja, ja. Haben wir gut was aufgebaut bisher. Und jetzt haben wir unsere erste Kogge. Also wir können mit einem richtig großen Trupp jetzt auch auf Erkundungstour gehen. Wir können Elevation uns umschauen. Wir können Kloni gründen. Und da sehr viel Ware schnell hin und her transportieren. Und bisher sind wir auch nirgendwo angedockt. Also am Boden. Irgendwo aufgelaufen. Das war natürlich auch ein sehr schöner Vorführeffekt gewesen. Aber nö. Alles gut soweit. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder an Bord hier. Also bis denn.